Was haben wir hier? Trimax hat seinen Bart gefärbt, Inscope klärt sich an der Streamerin Twitch am Limit 15. Wir gehen wieder reiiiin. Au! Ey! Also das war wirklich das Schlimmste, was dieses Jahr passiert ist, oder? Das war wirklich eine der schlimmsten Sachen, die dieses Jahr passiert sind, glaube ich. Muss man einfach sagen, oder? Das war wirklich eines der unangenehmsten und schrecklichsten Sachen, die jemals passiert sind. Also ganz ehrlich, Leute, Super Mario Kart hat noch nie so beschissen ausgesehen wie dieses Video. Hast du dir deinen Bart gefärbt? Oh nein. Du hast dir deinen scheiß Bart gefärbt, ich fass es nicht. Deine Freundin muss doch mega pisst sein. Digga, ich glaube, dass, also, die arme Freundin von Max, die arme Selina, was die alles, was die alles wirklich durchmachen muss mit ihm, das ist wirklich, ah, deutsche Super Mario. Die hat das gepusht, das war ihre Idee. Den Bart zu färben. Ja. Die denkt jetzt nicht so besser aus als vorher. Ja gut, das wäre schwer, wenn er so geil aussieht wie Max, ne? Auf gar keinen Fall. Und, was für ein Landmann bist du? Wer, ich? Achso. Äh, Landmann bin ich nicht. Ich bin eher Stadtmann. Eher. Der Two-Head hier am Start. Ich bin auch eher so ein Stadtmann, würde ich sagen, tatsächlich. Aber chillige Frage, Bro. Schau mal hier. Ah, Kaya, na, wie geil. Geil, oder? Geil. Von Fallout, wie geil. Ah, Digga. Au, ich hab's gesehen, dass passiert. Fuck. Bennat, warte mal. Äh. Wenn Monte furzen darf, dann dürfen Frauen das auch. Traumfrau. Agatha, ich liebe dich. Rein da. Oh. Wann schwängerst du reefed? Sieht ganz gut aus, aber ich, keine Ahnung. Ich hab noch nie Kontakt mit dir gehabt. Aber mal schauen, weil ich die schwänger. Ah, Chilliger Stream, Bro. Chilliger Stream. Chilliger Stream. Chilliger Stream. Chilliger Stream. Ah, ich sehe das Weiße kommen. Ah, Sintika. Ich sehe auch das Weiße kommen. Oh. Oh, es geht. Ist das so ein Alter. Wie geht's wieder los, Leute? Tut mir leid, ey. Also, irgendwie. Irgendwie, Digga. Ich weiß nicht, Chad, was sagt ihr? Ja, also, ich mein, äh, oh. Hi, na? Nice voice, Craig. Du bist ja doch nicht schichter. Ich hab eine Frage. Ja. Ähm, welche Größe sind deine Brüste? Ach, Nico. Nico, bitte. Nico, lass es bitte. Ähm, E. Ähm, E. Ja, uff. E. Ja, nice. Willst du mir eine Unterwäsche kaufen? Nichts lieber als das. Ah, Digga. Ah, ah. So unangenehm. So geil. Unangenehm. Einfach. Ja, würde ich mich freuen. Ah, chillig, chillig, chillig. Ragesch. Dankeschön, Bro. Ich frage mich immer, wie das Hemd ohne zu halten hält. Bei mir fällt das immer zur Seite weg. Na, ich hab Brüste. Oh. Da. Da ist mein Kleidchen. Aha. Wo wartet, Leute? Boah, Digga. Also jetzt, also. Es tut mir leid, Digga. Also jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt ist aber auch mal wirklich gut. Jetzt reicht's. Also, Digga. Jetzt ist aber auch mal gut. Die ersten zwei Male habe ich akzeptiert. Aber die furzt ja mehr als Monte, Digga. Ist das ein Fetisch-Stream? Sitzen da Leute und wichsen einfach, wenn gefurzt wird, Digga. Ja. Alter, also. Copper Keep, Dankeschön. Okay. Ich hab das jetzt im Mund, aber ich kann das jetzt nicht runterschlucken. Okay, ist kein Problem. Spuck einfach raus. Liegt da eine Michael Wendler Sexpuppe? Ist das da Michael Wendler? Da am Boden? Ich hab gefurzt und hab jetzt den Furz unter meiner Decke. Also, 2020 ist einfach ein wildes Jahr, Leute. 2020 ist einfach ein wildes Jahr. Was soll ich sagen? Oh, ich inhalt dir den gerade. Digga, also. Meister wird. Ich bin 13. Erstmal eine Kippe bauen, oder? Mit 13, Digga. Also, da doch lieber furzende Frauen. Möchtest du 1% dumm sein, oder 1% schlau? Den hab ich schon gesehen, Digga. Den hab ich schon gesehen. Also, 1% dumm und 99% schlau. Oder 1% schlau über 99% dumm. Ja, sag's uns. Dann nehm ich doch, dass ich 99% dumm bin. Ja, ja. Ne, ne, das brauchst du nicht nehmen. Das ist ja dann vielleicht, also. Ey, was ist das denn? Was? Die Seite vom Grillscreen ist viel heller. Das ist Tageslicht. Oh, es ist ja, also, das ist ja, also, das ist ja, also, das ist ja ekelhaft, also, nein. Wieder mal kein Konzept, Videos die... Kein Konzept, absoluter Ehrenbruder, wirklich. Kann man sich immer wieder ganz gut rein... Gönnen. Gönnen. Digga, da war der Voicecrank aber gerade am Start, alter. Boah, Leute. Ne, Leute, scheiß drauf, komm, lass uns was.